Hallo zusammen, ich habe mir eine Leggings bestellt, gerade für den Winter. Einfach mal was Gemütliches, was man beim Chillen, beim Sport, beim Yoga oder auch im Alltag anziehen kann. Ich bin schon ganz gespannt, wie die Leggings ist und die werde ich jetzt mit euch gemeinsam das erste Mal anprobieren. Wow, ich muss zugeben, die ist jetzt schon ultra bequem und die fühlt sich einfach wie eine zweite Haut an. Die ist sehr stretchy, der Stoff ist super weich, also der hält mich auf jeden Fall warm im Winter, wenn es mal kalt ist. Und was ich super cool finde, sind diese Seitentaschen hier. Da kann man auch sein Handy verstauen oder irgendwelche wichtigen Sachen, wie zum Beispiel die Bankkarte, wenn man nur spazieren gehen möchte und irgendwo in den Laden reingucken will. Und ja, es ist wirklich super bequem. Ich finde, die macht einen schönen Po. Und ja, von der Länge her ist es auch perfekt. Und ja, es sitzt einfach überall richtig gut. Es wirft hier nicht so Falten, so heftige und hier unten sitzt auch alles an dem Baden. Es ist nicht zu locker und ja, das wird definitiv eine meiner Lieblings-Leggings sein. Hier seht ihr die Leggings nochmal nach und vielleicht erkennt ihr jetzt nochmal den Stoff ein bisschen besser. Es ist wirklich ultra bequem und es fühlt sich auch super hochwertig an, muss ich sagen. Die Tasche, die geht relativ weit unten, aber hört hier unten auf, bei dieser Naht hier. Und ja, ist einfach auch hier am Bauch, wenn man mal viele gegessen hat oder so, trotzdem sehr angenehm.